polen gegen schottland da schaut man schon gleich ganz anders als eis ja das ist bei mir auch so eine einzige special karte ich habe 222 weil er glaubt ich ziehe auch nur special karten oder was stimmt wobei die habe ich mir gegönnt muss ich sagen muss ich ehrlich sagen die habe ich mir gegönnt die special karte habe ich mir echt gegönnt nein ich muss sagen ich habe noch keine special karte gekauft extra für das dinge das habe ich mir jetzt noch aufkommt ich glaube das ist das der einzige ich weiß jetzt nicht polska muss man mal andere trikots nehmen oder polen irland mal japan schottland dänemark garner usa ist von den namen her die vielleicht nicht so potenzial größer aber das heißt da könnten bei anderen doch schon rausstechen und sich voran treiben den kenne ich gar nicht den euro vor was denkt denn welche karte ich mir kauft aber da und die mussten der guten wirst du sagen dass ich zu einem kopf ist und jetzt dieser tolle steifer und dann ist der ball weg abwehr erholt sich diesen steifern übrigens mein englischer goal ist immer noch nicht gestiegen was echt krass der 1 da der last minute ins team gerutscht ist weil ich gesehen habe dass der noch spielt robert macht hier sein erstes spiel ja was die position des außenverteidigers angeht da haben viele leute gesagt das ist nicht optimal gesetzt das hat sich jetzt geändert ein überragender neuzugang armstrong mckay steven ich glaube das war natürlich kein guter passen ganz energisch war das war nix und das war es erstmal wieder danke bitte ich habe irgendeinen doping gerade gekriegt um so zwei knödel wo auch noch nicht hier ist es natürlich so bei der cl konnte man sich jeden spieler holen hier ist man auf die nation gebunden kann gut sein kann schlecht sein so sind auch wieder ein paar spieler dabei ja sehr dribbel stark macht das richtig gut oh da war jetzt noch weit draußen ja was ich noch sagen wollte da waren sind jetzt natürlich spieler dabei die man vorher nicht hatte und jetzt haben kann und umgekehrt natürlich genau wird auch natürlich so sein dass dann nationen immer oben dabei sein werden ganz klar und sich kleinere wie eben die zwei hier quasi als andere beweisen müssen kann aber auch genau andersrum sein wie wir es im ersten format gesehen haben dass die irgen und auch die schwarze zum beispiel relativ mitspielen werden und dann gibt es natürlich mannschaften die ab und zu mal rausstechen hatten wir auch oder den ihrer stechen oder den ihrer stecken das gab es aber auch natürlich in der c dort sind sehr abgestiegen hier könnten sie quasi absteigen so innerhalb ja man kann sie austauschen quasi genau man kann sie auch passieren lassen pausieren lassen ja der war die geben bislang die schotten den ton an bevor ich es wieder vergieße wieder die torschützen aus unserem alten format da warst du polen lewandowski mit 36 peach mit 20 und sobota mit 19 steht kann steht kann und bei den schocken er kann so wie muss es auch alles aussuchen als tschuldigung das stresst mich der das echte st wir das zogen den schocken haben wir vielleicht schon mit 65 auf der 1 grün 17 60 auf der 2 und nehmen auf der 3 mit 19 Gut, einer in Pension, einer spielt untere Liga und einer ist Start hier noch dabei. Oh, das war wichtig jetzt. Jetzt war so schön wichtig. Bisschen Befreiung von den Polen jetzt einmal hinten. Ja, hier der absolute Star von den Schotten, Robertson, kann man so sagen, das stimmt, auch einen, den ich in der CL eigentlich nie hatte. Fuck. Ope. Oops. In your face, bitch. Gott sei Dank. Nein! Boah, big chance. Boah, wirklich beste Möglichkeit jetzt hier für die Polen. Aber gleich vielleicht nochmal Zaneski. War schon, denn bei der Stange habe ich schon drin gesehen eigentlich. Jetzt schwitzen wir die Schaut ein bisschen hinten. Wie vorhin die Polen bringen sie den Ball nicht drin. Wieder zum Resten. Hast du ein Richtiges Spinnen? Nein. Hast du eine Worte? Ja. 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 Erst halbe Stunde gehört ganz kleinem Schotten. Dann hat sich ein bisschen Polen lösen können. Das ist der jetzt Fletcher 35 schon. So, Doppelwechsel hier. Nur ein einfacher Wechsel. Ja. Manche Teams haben natürlich den Luxus, dass sie Positionen überbesetzt haben. Manche haben diesen Luxus nicht. Die müssen überlegen. Was die machen. Was die machen. Da drüber. Da haben sie jetzt einige Optionen. Er hat die Schuhe zur Führung. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nervenbehalten, das war eine Glanzdaad. Arkadiusz Milik könnte die Führung werden. Ah, Milik. Boah. Boah. Levan Gulski. Ja, da kann's im Kopf. Den haben sie jetzt gesucht. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke. Und dann ist dieser Kopfball von Robert Lewandowski einfach zu fruchtig. Schön, Lewandowski mit dem 1-0 für den Polen. Sind wir dann genauso gut rausgestartet. Wie reingegangen in diese Halbzeit. Ja, schade. Wurde ich dir eigentlich nicht? Oh! Oh! Gott sei Dank. Nein! Schön, Stechno. Eine starke Aktion von Weinen. Oh, ne. Oh! 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 Von McGregor. Oh! Robert Lewandowski! Ja, warum nicht? Uh! Wann sind wir noch mit dran? Parma. Oi! Oh, das war nix. Oh, das war nix. Sie gehen dazwischen. Oh! Oh! Oh, das ist klar. Schieß. Zieh nach der guten Chance aus. Okay. Nehm ich. Ah, eins. zumal ist nicht viel man muss auch sagen schon mal wenn wir es hier haben holen keinen titel geholt aber die schotten die wurden einmal europameister in unserer alten format war da so schön und schoss mit der hand dran aber jetzt nicht da war es ja glaube ich auch schon damals dabei war das doch auch was natürlich zu damals ist auch natürlich sei ich besser oder für uns natürlich cooler ist es jetzt haben die legend die wir verwenden können weil damals waren legenden eher für die oberschicht wir haben viel mehr special karten dadurch eben weil es eben mehr events gibt und so viel hat zum team auf die wii gegeben und dann zum abschluss noch dieses hier aber auch da war das meistens obersticht schön kursinski nein das war süß das war mehr als süß jetzt ist so so kurz nach was wir hätten laufen hier und das sieht schon wieder nach einem guten angriff aus oder kann man machen du wolltest damit dass ich ohne wasser wollte zwar so nicht machen aber aber es wird eine hektische partie jetzt noch in den letzten minuten hier könnte es jetzt noch mal gefährlich werden boah angriff der nachnächst auf außen leiten sie platz woher stark danke geht gerade gefährlich gut gespielt aber wieder und dann ist der ballverlust da da bist du so weit raus die nachspielzeit zwei minuten viel zeit ist das nicht mehr ich glaube das war natürlich kein guter pass oder verdient bin ich aber wieder und finde ich verdient abschluss wir pölen gegen dänemark von denen bin ich auch über entdeutscht das gleiche gespielt haben dänemark 4 1 gegen die ihren verloren die polen 1 2 1 in schottland verloren verloren aber ich habe vergessen zu schauen wegen karten aber ich glaube da war eh nix zumindest keine mutter keine verletzungen leidungen aber gott sei dank dabei noch keine gehabt oder ja stimmt du geh auf mich los du hast du noch keine welcher mannschaft war das oder ich habe nigeria ein kamerun ein und ich habe dann einen der neunzigsten wo ich unbedingt noch auf diesen pressball gehen wollte ja stimmt ich darf sich ganz herzlich zu diesem spiel im allen stadion begrüßen und so ich habe von anfang an irgendwie ein gutes gefühl gehabt darum habe ich ja quasi bei der ehem wir waren und spielen lassen oder wir waren schon eingegeben eingeladen stimmt du hast das schon alle eingeladen ich habe das schon abhängig auf dem wm mäßig gemacht ich werde ich auch in zukunft gleich so lassen ich jeder dann so nach derzeitiger form aber es geht dadurch dass ich schon mehr Mannschaft aber nicht auch ein bisschen mal hier möchte soll ich sagen ja gut dass du schon noch mehr glaube ich jetzt mit glaube ich jetzt ja aber die zwei wenn es in dem durchlauf sowieso nicht kommen aber auch ohne die zwei ich habe noch zusätzlich unweih und österreich zu messen na gut der mich ja auch ja aber du musst du dich ansetzen das für dich sind die schon ausfallen ja ich muss jetzt einen platz quasi fahren machen für dich ja stimmt nächsten lucher habe ich den vorderen nach denen da war er noch sehr unsicher beim aufbau Nein Nein! Da habt ihr schon 11? Ja. Der hat Geld gekriegt. Oh, schon kann ich nicht den Punkt. Boah! Ich würde sagen, ich notiere mal. Ja, nimm es mal mit. Klemannowski! Ja, Christensen muss dann schon auf, weil sie schon sein zweiter. Gelbe. Jetzt gar nichts mitbekommen. Später so hat er was im Aufschub. Oder? Arminik! Oder schmeckt? Ich habe ja auch noch einen Abkürzbedarf. Aber es gibt es noch, oder? Ja, ich glaube. Pass, und pass, und pass, und pass, und pass, und pass, und das mit einer solchen Sinkerheit. Das ist halt das, was man dann auch hat. Es gibt, glaube ich, eh so bei jeder Mannschaft, so, abwechseln. Ja. Und die Frage ist halt, ist er das dann auch wert? Ja. Von mir ist auch, glaube ich, zwei Legenden oder so. Ja. Ich glaube, ja. Von mir habe ich zum Beispiel nicht den stärksten Stürmer spielen, sondern meinen Lieblingsstürmer. Ja, also, weißt. Sie gehen dazwischen. Oh, okay. Ja. So. Weil der spielt ja Braithwaite, weißt. Gefährlich, der Stahlpass. Der Versuch mit dem Luftfahrt. Gehalten, da zeigt er sein Können. Ja, Polen aber stark bislang. Da sehen wir, wie Dribbel stark er ist. Ist es das jetzt? Der Abwehrspieler wird gegen den Schuss. Boah. Ah. Ja, ein guter Vorstoß. Ah. Ja, auf der rechten Seite war man auch sehr unsicher, hat man ihm mal das Vertrauen geschenkt und auch schon gegen Schottland eine gute Figur gemacht, denn er sie ist gegeben. Und jetzt auch hier belohnt er sich. Und das Team. Kann man ja mal probieren. Boah, ich glaub den muss ich rausnehmen. Na, oida. Oida. Uh. Schienzüchter, ist der Wurzeln zu spaßen. Marty. Ballgewinn hier. Oida. Boah, schön durchgesetzt. Lewandowski. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Wow, da hat er sich jetzt stark durchgesetzt. Ja. Das wird jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung. Bereits in der ersten Hälfte, mein Liebermann. Oida. Kein gefährlich. Kein guter Abschlag, jetzt müssen wir aufpassen. Weiii. Das ist natürlich ein bisschen einseitig hier. Ja, halbe Stunde, 13 Uhr und das ist natürlich auch für Dänemark schon. Eftik, die müssen sich da auch einverlassen. Dieser Trainer. Boah. Schön gespielt. Oh, da geht er vorbei. Die Flanke geht in Richtung Lewandowski. Hoi. Hoi. Hoppe. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Ja, bei gewissen Mannschaften, da merke ich, da geht einfach nichts. Da muss ich irgendwas umstellen. Irgendwas anders machen. Entschuldigung. Bis jetzt bei der Wail-Saison und bei den Dänern. Taktik-mäßig, weiß ich nicht. Was halt nicht an was liegt. Sonst spiele ich nicht. So war das nicht. Das kann ja sein. Ja, nicht so wissen. So. Was dir auch nicht gefällt. Taktik habe ich diesmal bei einer jeden Mannschaft eben eingestellt. doch. Ja, sehr gut. So, ja. Gut verfeinern, dass man sowieso dann, wenn man mal spielt. Aber man muss ja wissen, ob es am spieler Material liegt oder an den Taktik, dass das nicht so funktioniert. Das ist ja jetzt vorbei. Da spielt er den Ball zu. Da spielt er den Ball zu. Da spielt er den Ball zu. Das ist ja auch zu finden. Aber ich bin mir da noch unsicher. Wir kommen aus. Als Sie hier an den Ball für die Fläche gehen. So, vorstöße und so haben Sie ja. Jetzt können wir... Jetzt können wir... Aber ich habe bis jetzt 56-Pack gesammelt. Oh, ich habe schon lange noch geschaut eigentlich. Mit der zweiten Spielhälfte. Außen werden die Räume jetzt da für ihn. Daniel, was wäre vielleicht... Oh, was? Schön noch vorbeigegangen. Oh, stimmt. Ja, den geben wir uns Vollgas gleich zur Hals, das ist eh gut. Klasse zuspielen. Niemand... Eiii... Das rette ihn fair vom Ball. Lange Flanke jetzt. Boah. Aber zum Beispiel auch in den Schweden, da gibt es ja auch wieder Hero-Karten und eine Legende gibt es auch. Wem? Boah, Brolin gibt es Hero, Lindberg gibt es Hero, Boah, und jetzt schlagen wir mich drauf. Irgendeine Legende gibt es auch. Aber jetzt nicht wieder. Vergessen. Brolin müsstest du hier haben, glaube ich. Oder habt ihr die ich nur gekriegt? Ich weiß nicht, gar nicht. Dann habe ich das Leihspieler. Ich glaube nicht, dass ich den habe, weil ich glaube, ich habe schon wieder einen Grunddrehs hier mal gemacht. Ich hoffe nicht, dass ich den habe. Oh. Die Nutmax haben in diesem Spiel öfter den Ball und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Im Moment haben sie den Ball besitzt nicht. Gegen einen. Oh, ey. Das gibt es wahrscheinlich gelb. Ich hoffe nicht mehr, weil das war sehr dumm. Also dumm war es nicht, aber ordentlich daneben wutscht. Notwendig, ja. Aber... Na, bei Nike sieht es gelb. Ja, das war eher ein durchschnittlicher Freistoß. Sie holen sich den Ball. Oh. Viel Übersicht bei diesem Pass. Gut in den Lauf gespielt. Siebenhundert Toren. Ist es denn zu viel? Dürrberg. Also das werde ich jetzt testen. Im zweiten Spiel dann auch. Aber ich glaube, ich weiß dann jetzt, worauf es gelegen hat, wenn das so weitergeht. Okay. Muss ich mir verraten, oder? Ich spiele jetzt eine andere Formation. Okay. Ich habe hier einmal nicht die 4-4-2 genommen, sondern habe herumexperimentiert. Spiele so, hast du mir die 4-4-2 raus? Oft. Da haben sie die Chance. Oh, ey. Oh, ich weiß nicht. Meinmal gefällt mir die 4-4-2 überhaupt nicht, weil die war nicht. Das geht also. Das war eine verschenkte Chance. So linienhaftig, was er? Hm. Nicht so versetzt, alles. Nein, aber das war natürlich kein guter Pass. Ich finde, da brauchst du die Spieler einfach, für das sie das Spielen können. Die Flanke kommt in die Mitte. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Boah. Ja, aber es wird eng auf jeden Fall noch für die Polen, wenn sie da nicht ein bisschen noch was für Spiele versuchen zu machen. Trotzdem frische Stimme rein. Auch da muss noch was gehen. Ich glaube, hier gibt es ja auch so eine Spezialkarte. Das ist eh auch eine WM-Karte. Gut, Karten könnte man noch machen möchten und nachrüsten eigentlich. Dolbergwind würde ich mir ein bisschen schneller wünschen. Hast du ihn schon aufgegeben? Nein. Wann? Hast du dir wohl schon überfühlt? Stimmt. Nein, aber das ist ja nicht. Eure. Er zieht ab. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion. Und jetzt noch diese Aktion hinterher, gute Szenen. Da wissen sie nicht, dass sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Aber er ist gut. Nicht der Ausgleich. Das wäre so ein wichtiges Traum. Das wäre so ein wichtiges Traum. Was ist das zu das Zähne? Schwitzi, schwitzi. Ja, ja, ohne große Mühe, den Ball abgefangen. Jussup Pausen. Jussup Pausen. Oh, schon sehe. Oh, schon sehe. Die Ecke muss gut kommen. Das könnte die letzte Chance sein, hier doch noch auf Wulentschieden zu stellen. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Na, jetzt ist der Ball doch weg. Oh, ich denke, ich mache jetzt mal. Knapper Rückstand für die Gastgeber. Gleich bekommen wir hier den Schluss. Sie haben heute Schwächen gezeigt und Sie haben es halt nicht verstanden. Oh, er sagt. Er ist schon gelb belastet. Denke ich mal. Nein. Nein. Es werden noch mal zwei Minuten trocken. Die Nachmachse über außen. Dann haben Sie jetzt Platz. Flagge jetzt. Na, gute Gelegenheit. Vielleicht. Oh, Mensch. Na, das war's. Oh, getan. Oh. Ja, schön, schön. Ja, trotzdem, denen nicht aufgegeben. Ja, waren wieder schöne Matches heute. Das stimmt. Bleibt spannend. Ja. Außer für eine Mannschaft einmal. Na ja, da wird es spannend, ob sie es noch irgendwie haben lassen. Na gut, Leute. Aber danke fürs Zuschauen. Danke dir, Flo, dass du auch vorbeigeschaut hast. Macht das gut. Bis dann. Ciao und Baba. So, Pol Gala. Bo- Ciao. Cool. Bo- 4 punkte drei punkte wir wollen einen weiteren schnitt in die richtung kofahrze machen man spürt hier schon alle freuen sich alle erwarten ein klasse spiel ich glaube diese partie hat einiges im angebot spielerisch also das kann hochklassen ja 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 das war gar mit der ersten möglichkeit hier im spiel Und geht der Blasch eigentlich ab? Mann. Ich sage, diese Silo-Karte noch zur Seite ist schon sehr gut eingeführt. Wenn ich doch das Test 1 gleich gut zuschlägt. Ich bin eigentlich der Dings noch. Da, Doping-Test, Mann. Mann. Hat er auch schon aufgehört? Ja. Boah. Peter! Ja. Schaut uns doch mal die Entstehung des Tores an. So. Aufholen kommt er dann. Lewandowski. Mit dem Mann, den wir gerade geredet haben, legt das auf. Schlossheck. Schaut mich halt, ob man ausspricht. Keine Ahnung. Muss man dann mal einen Experten fragen. Oder Expertin. Ja. Ohende FM. Oh! Theresa Bier fand es cool. Oh! 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 Begymn-B Internal. Und das war nicht gut. Stimmt. Nein. Er lässt sich abdrehen. Ja, Aschebom ist schon im letzten Spiel gut aufgefallen. Schön. Aber Piszczer geht jetzt zum Beispiel noch weniger ab, weil er nicht doppelt ist, er hat das Rechtslage geblühten. Nein. Nein, das war das. Oh mein Gott. Wird das jetzt als Eigentor gezählt? Ja, muss ja. Stimmt. Achso, das muss da. Dann ist es schon mal. Ja, Eigentor. Oh, das ist gut. Ja, sie haben darauf gedrängt und die Ganesen haben darauf gedrängt. Oh, schön. Nehmen wir los. Die Ganesen haben darauf gedrängt. Das stimmt. Nein. Da bin ich noch zu unruhig. Ich habe mich dann gut aussteigen lassen, aber dann nix wusste, wohin. Ich habe es gewusst, euch ist jemand. Ich habe es gewusst, oder? Ja. 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 Jetzt wird es halt nicht überdrehen. Wie nervös. Schiedlich der Rennen entscheidet erst mal auf Vortrein. Flanke kommt rein. Oh. Warte mal, was? Oh, sie nimmt zu. Oh. Oh. Oh, schön gestört. Und jetzt hat er den Ball. Nein. Das war jetzt zu viel gedreht. Weiter. Ja, schauen wir uns nicht mehr. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Ah, schade. Ja, verdient. So viel war diese 45 Minuten für mich. Jupp. So, einen Wechsel gibt es hier. Nierig hier gibt es auch einen. Ein bisschen mehr die defensive Stärken. Ich habe noch keinen Einsatz bekommen, was ich weiß, in diesem Turnier. Seht man mal jetzt das Vertrauen hier. Und der Ball verlust. Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Und der Ball auf Lehmann-Dorf-Ski. Flanke bleibt hier. Eieieieie. Kriegt keine Wuppe mit dem Ball. Oh, Alter. Jetzt ist der Ball weg. Okay. Nein. Ball erst mal abgegeben. Entschuldigung. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Der Ball entschärft er ganz locker. Alter. Nein. Alter, warum geht da keiner viel, Alter? Das ist noch mal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal... Puh. Eieieie. Elgenfehler. Oh. Barschen. Boah. Nein! Ja, jetzt mit dem Bauern. Boah! Aaaaaah! Ja, jetzt drück die Po ein bisschen. Oh, ja. Nein, der blockt ein bisschen. Ja! Boah! 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 Glaubensparade. Christ du Depp, man. Aber wirklich! Vor allem wenn er nach hinten hält und ihn trotzdem schafft auf die Seite wegzufäusten. Ja, und bekanntlich dem was man nicht macht, bekommt man... Boah! 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 Nein! Oh, ja da! Oh, ja da! Nein! Nein! Oh, ja, 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 ja! Oh, schade! Oh, ja, was für die Klaue? Oh, ja, ja! Oh, ja! Kiesch! Das war's jetzt! Der hat gut gekämpft, aber viele Eigenfehler Ja, es war ein schönes Spiel, muss auch was sein. Man kann beiden Mannschaften vorwerfen, viele Fehler, viel ausgelassen, auch da die Polen. Wow! Heimgabe, Borsch! Der kann es machen! Nein! Schön gestört! Oh, Alter! Leberlos gestört hat er den Gegenspieler schon. Und Piontek, macht den ersten Weg, macht es noch frei. Ah, Eigentor! Eigentor! Doch kein erstes Tor! Doch kannst! Reinschießen! Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mich hat gewundert ein bisschen, dass das kein Ball war. Vorder! Na, Peter Viganer natürlich, gut gekämpft, spielst dann wieder mal nicht so ganz damit zum Schluss. Gut gekämpft! So, ein herzliches Willkommen hier zu achten Ausgabe der Metze-Cup-Format. Das Metze-Cup-Format mit dabei ist der iEnding, der mir sagt, mit welcher Öffnungspartie es hier losgeht. Los geht's mit Polen gegen Usa! 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 Ah, ich würde das Geschiss in der Dreck hochwechseln, egal. Gruppenstand! Gruppenstand! Polen und Japan führen mit 7 Punkten an, dicht gefolgt von den USA und Irland mit 6, dahinter Mali mit 4, Gana mit 3, Schotter mit 2 und Dänemark mit einem. Also, Timrix bannend. Das stimmt. Ich hoffe, dass ich halbwegs wieder die gleichen Spiele reingeben habe, nachdem alle so durchgerüttelt worden sind mit den ganzen Packs usw. Aber wenn, habe ich die schwächere reingegeben, als ich da drin kaputt fix. Könnte spannend werden, Musi. Also, ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Gehör, dass es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Das ist tolles Spiel. Oh, schön. Na klar ist, Ballen können so einen Punkt schon reichen fürs weiterkommen. Und die Polen sowieso schon mit 7 Punkten ist sehr gut. Mal da, aber fix ist es... Oh Gott sei Dank. Das weiß ich abseits. STOR! Das ist das dritte oder vierte Spiel? Das ist schon das vierte. Jetzt gibt es nur die Entscheidungen. Ah. Na, zur Wiederholung. Frankreich, Österreich, Uruguay und Südgeräusche sind in Gruppe A durch. Also, A in Gruppe B. So. Achten wir in dieser Partie mal besonders auf Ihren Neuzugang. Ich bin auf dieses Debüt ganz besonders gespannt. Viele Experten waren ja der Meinung, das Team hat eine echte Schwäche. Das ist der Außenverteidiger-Position. Da haben sie jetzt nachgebessert. Ja, und auf jeden Fall, die Amerikaner werden sich verstärken. Schon im nächsten Turnier. Oh, schön. Oh, der schießt nicht. Ich dachte, der schießt gleich. Danke. Okay. Kann man so machen? Oh, ciao. Besteht leider keiner. Aus diesem Angriff können Sie also nichts machen. Ja, Amerikaner haben wir mir gut aufgezeigt jetzt. Für eine Schreck zugrunde gesorgt. Ja, der Reginski. War noch gut. Ja, guter Pass. Boah, schön. Boah, steht aber leider wieder gar nicht. Sollen wir wieder raus? Ja. Oder? Okay. Ja. Also ich glaube, der Trainer notiert sich schon Flankentraining. Sie müssen abgeben. Der Ball soll jetzt zu Robert Lewandowski. Gibt's ja nicht. Schade. Schade. Jones. Das ist Tschüsschen. Alter. Auf der anderen Seite gibt es ein Passtraining. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Jetzt auf die erste Möglichkeit der Polen nochmal. Was? Mit dem haben wir da nicht gut auslernen. Oh, schön. Nein. Boah! Nein! Boah! 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 Klopft, klopf. Ja? Oh Gott sei Dank, oder war der Absatz? Ja, war fix der Absatz auch. Da ist der Ball weg. Ja! Puh, vollfühlen, etwas unverdient. Von den Chancen, ja. Ja, die Chancen, aber nicht macht. Boah. Mit Auge. Da war mehr drin. Es gibt Abschluss. Sorry. Nein! Boah! Alter! Da können irgendwie alle nicht den Ballscher annehmen. Oder erwischt. Ja, muss man sagen, Polen hat aber auch das Quenchen Glück immer noch irgendwie was dazwischen zu haben. Oder? Oh ja, das muss der nicht drehen, den Nach-und-Ball. Oh. 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 überrascht, dass der den jetzt kriegt. Scheiße. Best gelbe Karte? Der habe ich gar nicht gemittelt. Ich glaube, der ist gestiegen. Jetzt steigen sie ja nur mehr, wenn sie Team of the week kommen. Da kommt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt. Timothy Weyer. Der gewinnt den Zweikampf. Eine Minute nach Spielzeit bekommen wir noch. Da kommt der Befreiungsschlag. Okay. Ja, sie sind am guten Weg, aber leider. Ja. Bisschen das Quäntchen Glück. Bisschen was umstanden. Ne? Wann er wechselt jetzt geben beim Polen? Ich glaube, der eine kommt da nicht ganz mit dem Tempo mit. Oh, das ist wirklich ein Amerikaner. Ja. Scheiße habe ich jetzt gemisselt. Ja. Ja. Da kriegst Chobiak. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Das war der falsche Fußkampf. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Uuuuh. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Pass wird abgefangen. Tschau. Die Mitspieler bieten sich an. Ja, setzt sich schön durch. Die Flanke geht in Richtung Lewandowski. Da ist er im Abseits. Ja. Okay. Gelbe Karte. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ohohohohoho. Das war's also erstmal. Ja. 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 Entschuldigung. Ja. Ja. Geh doch hin, nehm ihn an. Ja. 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 Gute hin. Hm. Milik. Schwacher Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Spiel vorbei. Halbe Stunde noch. Test. Where? Hereingabe in die Mitte. Da könnte es sein. Da rein, glaube ich. Oh, noch. Guter Steilparzierer. Spiel den Ball. Ahhhh. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Timothy, woher? Oder wohin? Ja. Das ist wirklich ein Bein. Eine sehr, sehr anstrengende Partie. Das sehe ich schon. Die Polen, die nicht wirklich den Druck nach vorn machen können. Die Amerikaner, die im letzten Drittel bisschen noch das Glück oder die Qualität oder heute die Motivation, oder keine Ahnung, fehlt. Okay. Genau, oder? Keine Ahnung. Er hat sich nicht mehr. Das war ein bisschen die Provision geflaggt bei diesem Pass. Es gibt Einwurf. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Einwurf jetzt. Oh. Jetzt gebe ich jetzt durchaus eine Anspielstation. Dann lasse ich den Ball gut laufen. Den Schuss musste der Torhüter halten. So unplatziert wie der war. Der Ball erstmal abgefangen. Boah. Das könnte die Gelegenheit geben. Hat sich nichts schüren lassen. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Er kann klären. Jetzt können sie vielleicht kontern. Aber er muss aufpassen. Gefährliche Szene. Er hält aber noch ist die Chance. Verstehe ich nicht, dass Kohle nicht hingeht. Na gut, den Kohliger wieder sind wir, denkst du schon. Der ist ja schon gestanden wieder. Achso, das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der Verteidiger dort steht. Hi, hi, hi. Warst du was für die Amerikaner? Puh. Ganz verdient, muss man sagen, ist das Ergebnis nicht. Das ist ja schon gestanden, dass der Ball nicht einmal jetzt reingeht. Ja, gib bitte, Alter. Das ist wirklich dumm bei dem. Gib bitte. Also man muss schon sagen, das tut weh. Und auf der anderen Seite geht das jetzt zu locker rein. Jetzt will ich den Torhüter durch das Schiff gehen. Aber der war jetzt nicht mehr so stark geschossen. Ja. Aber wirklich bitter. Beim Nachschuss habe ich mir schon gedacht, der muss jetzt drinnen sein. Ja, ich habe auch gedacht, dass der drin ist. Aber der hat an der Stange noch gut raus. Ja, 3 zu 0 auf jeden Fall. Kein verdientes Ergebnis. Nein. Man muss schon sagen, dass hier Polen eigentlich von Glück reden kann, dass sie die Chancenverwertung wirklich hatten heute. Ja, von fünf Chancen waren es in drei drinnen. Und natürlich... Ja, bei den USA muss man jetzt schauen, dass da vorne mehr drin hätte sein müssen. Wenn man da nicht weiterkommt, wird man sich an diesem Spiel hamern. So, gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Partie, in der ein klarer Rückstand für die Gastgeber auf der Anzeige da besteht. Und alle sind hier doch ziemlich verworstet. Holger. Was war denn heute los? Boah, er trifft die Latte. Erstmal Gefahrbereinigt. Starker Zweiger. Spielerisch kann man den wirklich keinen Vorwurf machen. Den haben wir einen sehr, sehr starken Spiegel spielt. Bis vorm Tor halt da... Ja. Da haben sie im Campis. Oder wohin? Der Schuss kann erstmal so fallen. Da gibt nichts, Räder, nichts! Ja, ein Tor hatte man gehofft, dass man vielleicht noch machen kann. Viele Tor-Differenz. Schade, schade, machen wir auch noch. Ja. Polen dürfen jubeln. Sie sind jetzt fixt durch. Nur sagen, muss es natürlich auf Schützenhilfe, auch mit sechs Punkten hoffen. Ganz bitter auf jeden Fall. Was fix ist, die bekommen einen neuen Stürmer. Nächstes Spiel. Also nächsten Bewerb, so. Aufgrund des Spiels jetzt, oder? Keine Ahnung. Nein, so oder so. Achso. So. Polen gegen Groasien. Du spürst... Du spürst... Niederlande. Niederlande. Risa. Bitte halt das nicht von den Toren, nämlich zwei, eigentlich genau, haargenau, dasselbe waren. Herr Osch, hat man doch da in die Mitte, nicht rausbekommen, der geht nach hinten und in der Drehung den Schuss. Und einmal abgefälscht. Genau, und war eigentlich auch so. Ja, ist auch rausgehend, dann war er abgefälscht. Stimmt. Mich ärgert ja nicht, dass die Tore fallen, ja, aber für mich ärgert teilweise, wie sie fallen. Ja, gut, ja. Wie soll... Er hat sich ja meistens... Sagen wir mal nicht an, am Tor an sich. Ja. Weil so, natürlich ist es verdient. Mal so gesehen, jetzt zum Schluss war es eine Effizienz, wer zweimal, weil der zweimal, einmal netzt und zweimal, Das sind noch zehn Minuten Vollgas dann. Ja. Ja, da war ich dann auch zu hektisch, glaube ich. Das wollte ich unbedingt dann aber... Dann kamen wir es nicht. Das ist nie gut. Da die Einblenderung, so will der Gastgeber heute starten. Ja, Polen gegen Kroatien, wer kriegt Siege Nummer 6. Auch die Polen, eine sehr gute Gruppenphase gespielt. Und so aber auch die Kroatien, beide auch bislang noch nicht verloren. Also so wie gegen Belgien gegen Portugal. Auch hier wird es ein... Boah, schön. Boah, der kann ich nicht gut mitnehmen. Schade mir nicht. Beides stark. Ja, los geht. Boah. Also Flecken ist teilweise wirklich gut, da denke ich mir oft. Warum sollte ich mal einen Goalie holen? Platzparade, das war's bei heute. Aber das hat er gut gemacht. Jetzt ist der Spieleraufbau. Vielleicht können Sie nicht in Schwung jetzt auch offensiv los. Das kann die Führung werden. Ah. Von Jesse, weiter gefährlich. So, den hat er. Aber die Szene zuvor, die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Das war eine klasse Parade. Da musste alles auspacken, was er drauf hat. So ein Debüt ist immer so eine Sache. Halt die Nerven, die geht so mit dem Druck um. Boah. Boah. Ah, mit der Aktion holt er sie nur gelber. Er sieht die gelbe Karte so früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Er versucht einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so eine Klasseball. Fast das Tor. Bist du da? Ja. Ja. Aber ich muss so. Ich habe da abgabt, ob sie irgendwas tun. Luzarell Gertruide. Aber danke, dass du pfeuert hast. Hätte auch wieder der Kontrolle sein können. Ja eben, deswegen waren wir uns der Ursula. Jetzt wird es gefährlich. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Oh. 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 oder war nicht viel aber es war was ja mal abseits ja billig oh ciao gelb rot Quarze Nummer zu zehnt Traufolle Reaktion führt zum Tor Lewandowski keine dominante spielweise aber eine doch recht konstante würde ich sagen ich glaube das macht sie so unberechenbar geht Radler 2 0 Schloss Eck sehr starke WM bislang hier steht es 2 0 sieht alles ziemlich gut aus kommt mal das diesen Pass holen sie sich also wenn er so hingeht was soll ich hier nicht machen gelbwürdige Aktion Piotr Zielinski ganz stark abgeblockt und jetzt Lewandowski das war eine gute Chance und damit hätte er 2.0 ich glaube hochkwieder wäre man das nimmer wenn das so weitergeht die Polen wollen mehr die wollen den Sark hier zu machen der Trainer nicht weiter kann klären auch von Flecken stark auch von Flecken stark auch von Flecken stark abgeblockt und zu so weiter zu spülen der wahlverlust die versprechende steifers das darf man nicht schießen lassen genauso wie lieber kommt meiner seite ich weiß wir gehen mit der hauptzeit probieren noch ist das sei kann leider nicht zum zu schonen das war nicht so gut ja tun wir auch nicht, aber Gott ist schön mit dir ok, danke oh, Alter, Lache ist halt ganz schlecht oh, Alter anspannend wie geplant, ne? oh, oh, Kraschowiak jetzt wollte ich dich echt loben, das war richtig stark geworden, dann machst du es so steigen Bergwein flanke geht in den straffer er hält den Ball fest, das war wichtig ja, ich glaube, es ist heute gesicht, speichert man das bis sie ja, das ist 86er, flecken ist 80er das war jetzt gar nicht, weil ich an sich die Taten 6 das heißt jetzt das finde ich ein bisschen 86er brauchst du es tun das ist oder was ja ja, stark ja, stark gemacht dann ist das natürlich klasse gemacht mit ganz 4 1 jetzt also halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei schön vorbeigekommen da ist die Hereingabe weitergefahren ja, die Rote macht sich schon auch bemerkbar aber er muss so langsam aufpassen weiter dieses Dribbling oder schön dazwischen gegangen ja, da gibt es gute Anspielstation aber der Ball ist weg die Gefahr damit vorüber ja Das muss er besser lösen, wird hier jetzt einen Wechsel geben, Jolleck. Boah, der ist ein volles Risiko. Rieskant, aber. Jetzt der Eckball. Sie holen sich den Ball. Weiter am Ball ab, er findet kein Mittel. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Uhu. Ist ja geil, die reden Niederländisch. Ja. Der Platz spricht ja. Jetzt her. Ich dachte, es geht sich echt aus. Weiter. Er macht mehr. Er macht mehr. Ja. Dann kann man den schießen, zieh hier auch weiter. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ja, sehr verdient. Boah. Da wäre Platz für einen Kotter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das war natürlich eine klasse aktion er behält einfach die ruhe was für ein tolles leben mit der chance jetzt habe ich mich zu spüren hier ist oder das können wir stark sehr starkes spiel von polen wir können nicht hinzufügen und steigt die auslosung läuft frankreich gegen polen deutschland deutschland und deutschland kann man sagen auch nicht deutschland kann man auch nichts lang jetzt außer muss ja eigentlich stimmt das letzte war dieser future future stars glaube ich ja noch gewesen oder nein muss ja ja stimmt man jetzt ist auch gar nicht klar aber so und diese eine stimme den ich gemacht habe so auch schon ein bisschen her liebe zuschauer willkommen im allianz der ritz kommt aber ich mache oder es bis sie mal überlegen ich mal sagen zu kaufen die normale karte oder malin gut wenn es auf geht dann klingt nehmann verletzt ich möchte auch einen schaden muss aufgehen dann steigt das ich ja brauche wieder wie viel kostet 1,2 1,2 ok da brauchen nicht überlegen klasse timing gut dazwischen gegangen ich weiß mal dass deine los ist dass wir mal anfangen können was wir jetzt mit meinen los mit einem spiel aber ich habe sie aber auch meine schuld so lange ich bin ich bin sie hat nicht losgeworden oder soll ich trotzdem zwischen dem fest dann hast du fünf und dann musst du fünf bemerken und das merken ich habe noch zu viele die ich nicht losgeworden bin schönes zu spiel hier ich habe vergessen wir die preise zählung das war das problem ach so gut dann das war das schloss der scheiße tag fach die fach die fach man ich bin Ganz ehrlich, ich weiss nicht gegen den Latsitzspiel von der Liga-Märchig Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ich habe jetzt schon mal so glücklich Ah, mein Schuster sieht ja okay Und? Also nicht Ah, ja das ergibt gute spiel besetzt bis zur roten karte ich bin auch gespannt ob man ja noch mal zurück kommt aber spielen wird das kann ich nicht so muss ich auch sagen präsentiert sich sehr sehr stark auch nichts erwartet sehr glabry der versuch der wäscher und gewesen der vorweg da wer soll diesen passen fahrpass führer führer pass oder geht am gegenspieler vorbei wenn du riesig mäßig investieren könntest das auf vollland haben durch der wahl hat 60.000 darwinkel sich 1 bis 2 von uns ausgehen gewonnen Nicht hoch, aber... Schon. Holland, Team of the Week, meinst du? Nein, die... Verrumpen die Karten. Ich hab auch so viel, ich hab ja nichts mit dem zu tun, wie sie spielen. Ah. Mit den Live-Karten macht man's nicht zu geben. Vielleicht, Entschuldige? Ja, alle auch so. Mit den Live-Karten machst du das meiste Geld. Weil die haben den meisten schweig gerade. Sieht vielversprechend aus. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ja, jetzt können sie den Ball klären. Und da ist der Ball wieder weg. Und hoffe ich, dass gleich jetzt Liverpool... Ansonsten mal für Liverpool real ausschalten und dann für 8. In Alaba. Ich bin die Karte schon so hoch, okay. Das heißt, du hast dir die Alaba Karte geholt? Nein. Nein. Ich muss sagen, ich hoffe, dass sie rausfängt. Achso. Ja, mit der 4-500.000 sinken. Da haben wir so leicht gehabt. Ja, stark. Ja. 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 Und damit alles am Anfang. Es steht 1 zu 1. Und gibt es jetzt die Führung! Und ich glaube, da ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Uh, ich mag aber. die zahlen zeigen es wir erleben hier ein großartiges spiel chancen auf der einen chancen auf der anderen seite und für den neutralen zuschauer zumindest ist es doch das paradies und alles ist offen und da geht der spieler dazwischen und fängt den pass ab schön zugewinnen ganz super leber Und dann ist der Ball doch weg. Götze. Sichere Parade. Erneut die Parade. Wieder so eine erstklassige Aktion. André der Hakenhoffs auf außen. Da halten sie Platz. Jetzt die Flanke. Sie fangen diesen Ball ab. Volland ist auch immer so eine Euschkarte gewesen in der Champions League. Die hat nie irgendwo was gebracht. Ich glaube, den habe ich dreimal transferiert oder so. Der hat nie irgendwo was gebracht. Die Karte, jetzt weiß ich gar nicht, wie die ist. Aber ich habe ihn auf der Atomute gar nicht her. Ich schau mal, ich muss mal verstehen von den ganz guten Karten. Was ist der Atomute an? Zum Beispiel Barella finde ich. Ich bin im Preis ziemlich stark. Momentan. Was ist für ein Atomus Marella? Ich habe es noch gesehen. Malen fand ich auch nicht schlecht. Man steht auch noch sehr, jetzt Potenzial gut. Durchgang 2 läuft. Das ist ein gefährlicher Stahlpass. Oh, oh, stark. Das gibt es. Mili. Er hat so einen guten Stellungsspiel. Mili im Abschluss verkauft. Aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Boah. Der bringt den Steilpass könnte gefährlich werden. Da holt er den Ball zurück. Gut, man darf auch nicht vergessen, dass der nicht gegen wir im Tor steht auch. Dann aber ein Kollege, dass eine oder andere mehr rennt, sage ich mal. Ja, aber gut, das ist schon die letzten zwei, drei Meter noch die Ballbehandlung. Und wenn er sich in der Fusel, bräuchte ihn gar nicht hoch über Neuerwerfen. Und jetzt Lewandowski. Schöne sehen, Soleski, Aufleber. Ohne Fusel, das macht er für die Puls. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. So, weiter geht es in diesem Spiel. Ich will dich die ganze Zeit fragen, ob du den einen Polen spielen hast überhaupt, weil ich den nirgends ziehe, aber mir feiert er jetzt nicht ein. Kann ich dann auch den ja recht sagen. Den, den ich auch so gern habe. Mittelfeld, ja. Ah, danke, spielt. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Das war gut aus dem Spiel. Das war mein Doppelschlag. Das war gut, ich glaube, es war schön. Hat auch gebraucht, bis wir in die Gänge kam. Ja, stark aber auf jeden Fall. Eine halbe Stunde noch gegen die Franzosen. Wir wissen, die sind einer weniger. Lehmannowski. Magts. Eieieieiei. 4-1. Der macht davon was er will, auch das war wieder ein super Tor. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen, dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Das ist Ball-Busik-Fußball und dann fällt das Tor. 4-1 jetzt also. Lehmannowski mit der Chance. Das würde ich jetzt machen, eigentlich doch Eier. Ja, und das war auch schon so ein Elfter-Tonientreffer. Wir haben dann S und Kuna sind bislang dran. Jetzt kommt ein Edelstürmer. Der wird es richten jetzt. Edelstürmer. Ein Edelstürmer kommt jetzt. Sie führen die Ecke kurz aus. Gut geblockt. Er hatte eine gute Aktion. Da ist er ja ein Ball. Niemann. Ich dachte, das stimmt. Hä? Ich dachte, das stimmt nicht. Verteidiger. Ja, hieß noch. Oder meinst du, er tut in der Verteidigung es richten? Das stimmt nach vorne von der Verteidigung. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wie rich das so ist sie quasi mit dem Die Vorwärtsbevölkerung jetzt … every day Das ist doch so Girl ne He oder ich dachte maschine deutschland sonst wurde deutschland sonst kein wohl in ihrem trapp 86er und mannig was vielleicht was neuer mittel und er macht das gegen auch aber 90er ist neuer 90er ist unübertrefflich medikash auf piontek wenn euch bald den vorzüge über mili bekommen mit dem ersten halbfinale und die letzten zehn minuten sind hier angebrochen süle geht dazwischen starke macht das können was werden oder noch mal wie machst du das mit dem anlauf das macht noch keine arbeit sind machen sie in diesen 12 damit gleich gezogen jetzt nun ist beide trennen noch mal noch dringend einzige leber ein spiel mehr der ball ist erstmal rausgespielt was der die große karte drauf das ist aber dann machen sie doch nichts aus diesem angriff da haben sie die chance also wird das das große karte ist wirklich stark eigentlich für mich ja gut schon das ganze turnier an und für den einen aufzeigen die sich gold gute aktion da ist das sagt das ist wieder das richtige stärke sagt nicht alles aus das ist noch nicht ins mannschaftsgefühl und so passt rosicki so was machen sie drauf ja 1 zu 6 deutliches ergebnis dann ja in der ersten halbzeit noch gut mit gespielt aber dann in der zweiten zerbrochen so ladies and gentlemen willkommen hier zur elften ausgabe der des metze cup format wm 01 ist es mit dabei ist der liebe i ending der mir sagt wie die erste halbfinal begegnung ist glaube ich oder halbfinal ist erst schon nach schweren entschlüssen und schweren entscheidungen und du nimmst südkorea da haben wir südkorea komm mal gleich haben wir gerade drauf getrunkt ein kleines spiel auf die transferliste gerade unabsichtlich läuft hau außer den der bringt eh nix mehr wir zurück in der freund die nervosität wer ist dat die nervosität so ein bisschen da bist so ja polen king wukwai zwei mannschaften haben wir am anfang nicht gedacht hätte dass sie hier stehen werden naja polen und da haben ich nicht glaubt willkommen im allianz stadium liebe zu haben nach zehn unseren eigenen also dieser wm die wir nachspielen wollten dass die ersten sauber ziehen und da haben wir das spiel für sie daheim kommentieren und es erwartet mit sicherheit eine sehr interessante partie es wird alles auf ein klasse spiel hin ich glaube für die beiden ist das hier mehr als ein freundschaftspiel die nehmen sehr ernst die wollen zeigen was sie tun können wir uns schon wechseln ich bin schon nervös die rüber ja das könnte die gelegenheit aber die kamera einstellen ist falsch so ungewohnt wenn du so lange spielst mit einer kamera einstellung wenn es kann ich nämlich das ist sehr komisch oder heute dort wollte ich mich nicht raus das finde ich schon genau die richtigen entscheidungen wenn man verspült ja lewandowski und gegenüber nun erst der hat leider jetzt nicht so die chance hat aber vielleicht in dem finale ich bin ja auch um den tor schützen beziehungsweise mittlerweile auch in den top scorer mittlerweile sind sie mit den toren abgehoben in den letzten zwei spielen oder letzten drei spielen besser gesagt in der ko-phase die habe ich gehabt genau es kann noch kaum einer gefährlich werden einer noch ist leer auch bei portugal die verbindung ist wieder von euch aber was ist da nein ich bin ein trocken entschuldigung warte schiebung im halbfleisch also ich musste einzelspieler umstellen nicht die grob nicht die multiplayer kammer vergesse ich jedes mal besser jetzt werde ich wieder live dabei jetzt jetzt bämpfen wir es nieder alter alter ok eine weitere einstellung sehe ich die ein bisschen falsch ist noch aber das mache ich dann in der pause erst ich habe jetzt von uns die ich habe jetzt unsere gematec namen aber über jeden spieler ja schön gemacht wir sind hier die chance die lücke ist also so ich glaube ich nicht sehen dass da viel potenzial gibt die fahrt aufnehmen zu verbessern leistbare verbesserungen das sieht so einfach aus was sie hier machen aber dieser ballbesitz fußball war schön war so schön das ist gut mitgenommen war aber nach das muss ich mir mal trauen das muss ich mir mal trauen im moment kommen sie nicht richtig durch die ab er steht gut lockt den schuss erst mal ab ecke kommt in die mitte die chance aber am ende war das warm ist dabei rum keine probleme auch viel für verstehe ich meistens mal nicht ich habe es korrekt geschlossen das letzte mal das hat meine ganzen einstellungen geschossen ich glaube nicht dass das was mit korrekt schließen zu tun hat mit was dann keine ahnung wir waren von wachsen stimmt ich habe das eben gesagt einmal wo ich eben auch gespielt habe das mit dem zweiten profil wo ich dich mal gefragt habe ob du das auch hast dann hast du vergessen stimmt zu dem habe ich das auch nicht das mit dem zweiten profil zu tun hat das war jetzt was komisch aber es nicht nur in fifa ist das manches mal die chatqualität von dir nicht so gut ist dass es so kracht dann das liegt am internet wahrscheinlich du hast ja auch keiner gesagt in fifa ist es mal diese verbindung bleibt da wir haben nur in fifa ja wahrscheinlich braucht es mehr hat es mehr nutzung im internet nur zu machen stimmt mehr sind sie hat er oder so ja ja gut die idee hat dann aber an einem rost da bist du da hast stimmt du musstest mich ja da diesen wahlverlust hat er förmlich erzwungen das ist natürlich harmlos da muss die abwehr nichts machen das war ungefährlich aber überraschend dass du nicht die urus genommen hast ja wie gesagt ich zentiere zu den underdogs einmal weil ich eben finde dass die anderen noch bessere chancen dann haben ja weil urus haben halt die fcc und die fcc ist qualitativ nicht so wie eine em muss man dann auch ehrlich sagen was die fcc gewinnt ist dann eher sei es einmal etwas einfacher als die pola eine europa mannschaft gewinnen stimmt aber deswegen habe ich mich so entschieden für den eher underdog ein paar starke mannschaften gibt es auch das ganze aber ich glaube trotzdem dass ich auswählen nächsten ziemlich immer so klein bleiben die wird nie größer von der qualität her meinst du mann von der team so naja man kann sicher das eine oder andere noch machen was das nochmals 16 mannschaften und noch eine gruppe quasi ja oder was wird aus jetzt wenig na das das meine ich jetzt nicht aber man kann nicht die teams trotzdem auch austausch und so ein bisschen ja das schon aber bei der ehren könntest du noch mal so wenig wir machen so eine größe stimmt oder dass das nicht absatz war man muss absatz gewesen dann man kann sie mal anfangen oder das ständische schien naja aber ist die polen wir haben sie stehen vor einem großen triumph oder wir machen sie ihre so hin stimmt wir sagen sie noch nie von dem von wem von team hin oder von einer anderen spazieren hat es geben gibt es okay der wird noch nicht fix eine ihr wm ja ich weiß nicht ob es das hat sich seine gegeben bei die hilfe beinahe gibt es auch noch wie soll ich gesehen du bist du nicht lange manche wobei es von den positionen her bis man kann man kann pp verbessern aber dann spielt er dann spieler links dann habe ich es gibt aber rechts nur pp du kannst die position nicht so männer noch auf rm zum beispiel wo 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 ich habe rechts und links kann man verbessern aber dann schwäche ich eine andere position jetzt gibt es einen der ist ein future star aber der spielt eigentlich rechter verteidiger hinten da könnte auch ein rm aber dann habe ich wieder hinten keine richtigen rechten verteidiger und pp könnte ich nur links ausbauen links gibt es so was ich jetzt gefunden wirklich nur in normaler karte cornet der gutes team of the week habe ich mir angeschaut aber da ist ja nun eine stärke stärker ich könnte so machen ich hole den future star ich hole pp noch gibt es gibt noch einen das ist auch so seine rötliche karte aber dann gibt es nur für für links oder info und dann ist aber gleich um einige stärker und dann ist er bis 87 oder so dann fängt recht seiner rechts könnte ich zwar den rechten verteidiger nehmen aber dann muss ich wieder schauen wie ein rechten verteidiger wird wirst du das lustig gut ausbessert Aber jetzt ist er weg! Hahaha! Nichts am Tag? Boah, schuld! Ja, eine halbe Stunde noch! Diese Szene natürlich erstmal beendet! Ja, schwacher Ball hier! Fuck! Er fällt da ab und jetzt! Es gibt keine Karte, aber noch so ein Ding, aber... Das ist natürlich kurios! Weil es gibt, ich glaube, ein Silberspieler gibt es auch noch. Aber so Goldspieler gibt es wirklich nur ihn. Na, ich meine, aber normal sind Team-of-Style-Karten immer schon die ersten deutlich besser. Ja, ich meine, so gesamt, also gesamtattributmäßig hat er sich um eins verbessert. So... Hey, das meine ich ja. Beim Abtritt-Nomal sind Team-of-Style-Karten immer schon 3-4 oder so. Zwei-Kampf-4 und das wird ein Wort geben. Das ist so wie bei hohen Karten, da wird es meistens nur um eins oder zwei. Aber... Aber... An niedrigen werden das normal schon in die Höhe geklappt. Das ist irgendwie bei... Wie bei Pukki. Da wird vielleicht 5 in die Höhe kommen, von Silber auf Gold. Ja. Ne, Pukki war auch Gold. Na, noch einmal. Da meine ich einen anderen. Irgendein Silberspieler ist hochgekommen. Äh, 2-1 vielleicht? Nein. 2-1, da war noch bis. Aber Pukki war Gold schon. Ja. Aber ich meine, irgendeinein. Irgendeinein Silberspüren. Nein! Wie ist das für Sie alles Hasen? Also Standard ist immer 3, zum Beispiel. 3 ist nämlich Standard im Gehöl. Was ist mit Standard? Das 3 Stärken im Gehöl gehen. Ah. Und ich muss nochmal schauen. Aber ich glaub... 3... ...wann's nicht. Bei Pukki. Weil da hab ich mir dort gedacht, Okay, das ist sogar für mich schwach, das ich mir den nicht holen würde. Extra. Oh... Na gut, bei An. Das versteh ich schon. Ja. wenn nur das ein bisschen noch schneller ist und noch ein bisschen mehr schuss oder pass hat durch keine nicht so viel geld aus danke kann ich dann noch was umstellen die ganze zeit bekommen aber jetzt kriegst du aber ich weiß ja wenn du es so ein richtiges mittelfeld da muss ich viel stark und viele starke monster mein hallo habe ich jetzt die karte gemacht zum beispiel kann man aber auch ist zum beispiel als ms einsetzen nicht ganz mittelfeld aber mittelfeld kann man da wirklich richtig ausbauen schießt die polen sein der neue spielstand lautet jetzt also 321 das ist überhaupt keine andere da kommt nicht von fleck also schenke links na eben nicht glaube ich werde jetzt sonn ist glaube ich nicht längst er ist so schnell aber was dick sind wir was für ein anderer hat man aber nicht schulden da war jetzt wieder schneller chance lebt noch hier haben wir dieses tor noch mal in der wiederholung zuerst der steifers und dann dieses tor den ball einfach rein gehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten der neue spielstand lautet hier also 32 2 nur noch vier minuten in der regulären spielzeit ja das war es jetzt oder oder freistoß dort war es jetzt ja das war es wichtig gratulation am polen war dann doch noch ein bisschen spannend am schluss glaube ich mehr sie erwartet haben aber willkommen in der ja leute es ist aber noch nicht aus außer du magst aufhören wir können noch eine spiel zwischen eines geht sich aus hin und rück spielt habe ich nicht aber schau mal platz 3 sind aber jetzt kommt das finale nach einer kurzen messer paus ist also so ja aber gehe ruhig zuerst nach einer nach einer kurzen nach einer kurzen nach einer kurzen Testen wir immer mal. 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 Testen wir immer mal mal. Testen wir immer mal mal. Testen wir immer mal mal mal. den gibt es für schuster ich glaube so 20.000 und der ich schon viel schuster denke ich mal der ball ist weg jetzt lewandowski lewandowski das kann nicht ich bin ich ich bin 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 führung es ist eine verdiente führung aus meiner sicht mit einem tor sind sie vorne machen viel richtig stehen gut haben ich glaube wenn sie so weitermachen dann kann es den hier hoffen sie geben Oah, Glück! Hier die Portugiesen, aber am Drücker Jetzt können Sie kontern Das sah natürlich gefährlich aus Ich glaube, da kann man durch aus der Karte gehen Riesig schwarz heute Oh, das wollte ich nicht sagen Das wollte ich nicht sagen Das wollte ich nicht sagen Wird gut dazwischen, weg ist der Ball Boah Da kann er erst mal erklären Nachspielzeit wird angezeigt Eine Minute Lewandowski, das ist doch gefährlich Der letzte Ding fehlt Der letzte Booms da vorne Koppelwechsel Ein paar Impulen Man bleibt doch besser So Jetzt ist die Pause vorbei Es geht weiter mit Hälfte 2 Hier im Allianz Stadium Die Chance jetzt vielleicht zum Kontak Ball läuft gut jetzt Was machen Sie da aus? Leere die Kontakten schon gelesen, aber sie verlieren den Ball Schöner Zweikampf Gessi Da ärgern sie sich Ballverlust Da ärgern sie sich Ballverlust Ja, Portugal die bessere Mannschaft Der letzte Zahn Spielplatz 2-0 Im Moment läuft es natürlich für Sie Psst deppert Dritte gelbe Karte hinten Glaub ich Ich freue mich, dass es so eine gibt Aber wäre natürlich super Das tut natürlich so weh Hat also nicht gereicht in dieser Szene Boah Schade Der bringt den Ball nicht in die Mitte Das ist die Chance Das ist die Chance Das ist die Chance Das ist die Stelle Oh Psst Boah Boah Lewandowski Lewandowski Jetzt am Ball Viel Platz für den Konzer jetzt Er setzt sich durch und jetzt wird's Wettbewerb Das gibt es nicht Boah Den habe ich jetzt fix drinnen Das gibt es nicht Das war ein richtig guter Konter Ja Na man geht auch eben zu leicht dann mit den Chancen aus die man bekommt Mittlerweile jetzt drückt es halt auch Polen und wir müssten natürlich auch Lewandowski Letzte Hoffnung für die letzte Viertelstunde noch mal ein Wechsel noch mal ein Wechsel hier Ja jetzt muss Polen alles nach vorne werfen So die letzten 15 Minuten jetzt ist das Tolles Drehblick Da sind sie alle macht so Yes Jürgen Jürgen Doppelschlag Das gibt's nicht Ja vielleicht war das Zupressen jetzt das Entscheidende Nein So wie jetzt wieder Balleroberung Jetzt können sie's entscheiden Und das ist Lewandowski Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel Der sein siebzehntes Tor macht und dann mit mit nun er es leicht zieht Neuer Spielstand 4 zu 2 Sechs Treffer haben wir bereits gesehen Da ist er da Ja Acht Minuten jetzt noch Oah Die Möglichkeit Oula Jetzt das Zuspiel für Lewandowski Abgefangen Gut gemacht Drogbach Toller Zweigab Na, alter Ja, da muss ich drehen, aber wahrscheinlich auch nicht, dass er die falsche Taktik gewählt hat Zu Beginn Na, gescheißen, oder? Gescheißen Jetzt ist es durch Ja, gratulation Bullen darf sich Weltmeister schimpfen Spannender als gedacht das Ganze 5 zu 2 steht es, momentan Ja, gratulation Waffe Haben ein hervorragendes Turnier gespielt Ja, magst du noch was dazu sagen? Boah Wenig zu sagen, wie stark gemacht von Ihnen Jetzt noch dann zurückgekommen, eigentlich sehr stark Muss man sagen, war es das über das ganze Spiel, haben wir eingemerkt, das wird irgendwie nichts, aber dann eben mit dem aktiven Pressing dann Haben sich die Fehler bei Portugal angeschlichen, die man dann auch dann wirklich eiskalt genutzt hat Ja, mehr gibt es glaube ich dazu nicht zu sagen, den Rest werden wir nachreichen Genau, bei der E-M Also, in der E-M Ja, wir brauchen Ja, das wird das Ganze Ja, wir brauchen Ja, wir brauchen Ja, wir brauchen Vielen Dank.